Höchste Rentenerhöhung aller Zeiten kommt in Deutschland. So titelt es der Karlsruher Insider vom 4.9.2024. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24. Ja, meine Damen und Herren, Sie sehen mich lachen und schmunzeln. Der Karlsruher Insider titelt Höchste Rentenerhöhung aller Zeiten kommt in Deutschland. Das sagen die vorher und dann im zweiten Satz relativieren sie alles schon wieder und sagen, kommt denn eine hohe Rentenerhöhung für Deutschland? Experten geben Prognosen ab, dass es zu einer hohen Rentenerhöhung kommen könnte. Sie sagen aber nicht, der Karlsruher Insider sagt nicht, welche Experten das gesagt haben wollen und wie hoch denn die Rentenerhöhung aussehen könnte, meine Damen und Herren, oder nach Meinung des Karlsruher Insiders aussehen wird. Also, meine Damen und Herren, lassen wir uns einfach mal nicht verrückt machen. Der Karlsruher Insider ist vielleicht ein Insider, aber die haben null Plan und null Ahnung, zum heutigen Zeitpunkt genaueste Vorhersagen zu geben, wie hoch denn wirklich die Rentenerhöhung im Jahr 2025 in Deutschland aussehen wird. Die Deutsche Bundesbank hat prognostiziert und hat gesagt, es könnte ungefähr eine Rentenerhöhung ähnlich wie im Jahr 2024 mit 4,57 Prozent geben. Die Nominallöhne sind ja ordentlich gestiegen, aber davon können wir bei der Rentenerhöhung erstmal nicht ausgehen, dass wir hier eine Rentenerhöhung von 6,4 Prozent bekommen. Ich glaube, wir kriegen eine Rentenerhöhung, aber sie wird sich irgendwo im Bereich zwischen 3 bis 5 Prozent bewegen. So meine Mutmaßung. Aber was der Karlsruher Insider hier macht in seiner Aufmachung, 4.9.2024, ist also gelinde gesagt ein wenig lächerlich und entspricht auch nicht den Tatsachen, es kommt mit Sicherheit nicht die höchste Rentenerhöhung aller Zeiten in Deutschland. Das kann ich schon mal vorhersagen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche und einen wunderbaren Freitag, den 6.9.2024 mit großen Hitzewerten. Trinken Sie viel Wasser, regen Sie sich bitte nicht auf. Wir kriegen mit Sicherheit eine Rentenerhöhung, aber nicht die höchste aller Zeiten. Ciao!